Boah, fuck! Oh, ich seh ihn! Vorsicht, hier hinter mir! Haut mich! Müdigkeit nackt an meinen Gebeimen. Wollen wir gleich da rechts rüber? Hm. Come on. Wir werden alle sterben. Ja. Aber wir schon wussten, wir müssen immer mehr schaffen, bitte. Ja, wir brauchen unsere Anlaufphasen. Wir brauchen alle sterben. Oh, oh, oh. Erstmal den Kuckelfritzen. Der Kuckelfritz muss als erster sterben. Sonst fackelt er uns noch an. Also bis jetzt sieht es gut aus. Der hat eine Tätanlose-Impfung gekriegt. Oh, da vorne. Oh, da vorne. Und da müssen wir. Ah, Fliegenschlau. Okay, er ballert schon aus allen Rohren. Da ist noch einer. Ey, wie zäh ist die denn? War zu weit weg. Da muss man nicht auch rüber. Ich las nix, die doch. Munition. Hier. Bei mir auf der Seite. So, auf dem Wasser. Da ist es so ein Vieh. Aber ich habe nicht zu mir gehört. So, dass wir da rüber. Na, Jungfrau, Mann. Voll ins Herbst. Warte, wo ist das nächste? Oh, oh, da ist ein dicker. Dann schmiede ich diese Kucke. Der hat ja nichts zu lassen mit uns. Oh, oh. Köter! Knall's ab, die Bitch. Aber ich konnte das Rift nicht machen, hier. Äh, wieso nicht? Zeig mir den um. Zeig. Verstehe ich nicht. Bei dir? Ja, ich konnte das machen. Das hier nicht? Nö. Aber das sind doch noch gar nicht alle. Naja, wahrscheinlich wäre das zu viel des Guten. Dass wir zwei in so einer kurzen Stelle finden. Ähm, wir sitzen doch. Oh, wir sind uns ja selber schuld. Warum bauen sie so hin? Hm. Ey, wo ist mein Messer? Junge! Ja, kann ich gleich zurückrennen und das Medikip nehmen? Oh, bis. Da standen ja welche rum. Anlösungs. Ah, das wird das wasser mit dem, der kann man. Ja. Oh, ich seh ihn. Vorsicht, direkt hinter mir. Haut mich. Scheiße. Rang 37. Ist nur umgeniedert. Ja. Mann, komm ich ja noch mal rüber, oder was? Sau. So schnell. Rapplet dich. Die kämpfen gerade, wo wir uns einmischen. Oh, das war mir die Kippenstelle, wir können noch einholfen. So, ich habe einen umge... Oh, Deckung. Jetzt kann man die Flucht ergreifen. Ich habe ihn umgeniedert von den Insekten. Oh, ich krieche. Also, ich hocke und schleiche. Nein! Puh, das sieht nicht gut aus, Günther. Nichts, nicht, nicht, nicht. Uiuiuiui, hat der mir zugesetzt. Uiuiuiui, ich brauche Medikit. Ich auch. Komm, wir rennen zurück, da war noch welcher. Hast du das Computer ausgemacht? Achso. Ein Strich brauche ich noch. Ein Strich ist bei mir verbrannt. Den kriege ich nicht mehr hin. Statt, hier steht er noch Medikit, hier vorne. Hast du das vorhin schon hin, ne? So wie vorhin schon war. Achso. Ja, der ohne ist bei mir auch verbrannt, wenn ich gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich, wenn du auch schon mal tot warst. Ja. War vorsichtig, der eine könnte wahrscheinlich... War das eigentlich nur... War die Jungen hier noch? Okay. War das nur einer? Es waren zwei. Und die haben sich doch gegenseitig beschossen. Ja. Ob du jetzt noch einer liebt und eine Hütte, keine Ahnung. Einen habe ich davon umgenietet. Kannst du nur treise. Oh, ich bin ja unten. Da ist Munition. Da. Da. WB. Und das tut der Bulle, ich hätte wollen. So, hier ist einer noch näher. Und du bist du? Und, unter dir. Ich habe gerade wieder so einen halbgewalkten Quatschen gehört. Und, unter ihm. Komm ich da, ich will. Ja, das kotzt mich an, ja. Diesen Scheiß. Unkele, Schett. Wo ist der? Ah, er hat mich gerade abschossen. Der ist hinter die, hinter die, äh, Rollstürme. Du hast jetzt wahrscheinlich nicht abschossen, zu mir. Ich bin da, ich habe schon zu selten Häuser genannt. Oh, boah. Scheiße. Oh, Mann. Ja, der hat mir erklärt. Kurzes Rauberpäuschen. Rauberpäuschen. Vielen Dank.